Ich weiss es, liebe Zuschauer, es ist ausverkauft. Es ist unglaublich, wie ihr uns gestürmt habt. Dieser Saal hat es total bis sie alle nicht vollgepackt. Aber, liebe Leute, auch 100% Vollgas werden wir für euch live übertragen. Vom 7. bis, ich glaube, fast bis Mitternacht werden wir live auf Schweiz5 und Alperwelle dabei sein. Das heisst, wir sind sowieso dabei, aber ihr könnt live dabei sein, wenn ihr den Fernseher einschaltet und uns zuschaut. Wir freuen uns, dass wir das machen dürfen. Danke Schweiz5, danke Alperwelle und liebe Leute, einschalten am 1. Juni, abends am 7. Wir freuen uns, liebe Alperwelle, live, 100% Vollgas aus dem Röstli, Ilnau. Danke. Vielen Dank.